... ... Señor Murtara... ... euer Sohn Edgardo... ...ist heimlich getauft worden... Uns erteilen Sie Befehl, ihn zu holen. Wieso? Aber was hat das zu bedeuten? Ich muss ihn mitnehmen. Sie wollen ihn uns wegnehmen. Alles wurde ganz nach kanonischem Gesetz vollzogen. Papa! Und ist rechtens. Fertig gekopft, Papa. Dir wird hier nichts geschehen. Man verliere ruhig alles, aber keine menschliche Seele, die Jesus durch sein Opfer zu erretten zuchte. Man sieht ja, wie weit es schon reicht. Der Papst bin ich. Antworten schulde ich nur dem Herrn. Die Geschichte stand in allen Zeitungen. Sie hat die Welt umrundet, sogar bis nach Amerika. Ihr Sohn ist jetzt aber nicht mehr jüdisch, Signora. Ihr Sohn wurde ein Christ. Mein Sohn ist ein Jude. Er braucht kein Kreuz. Hast du meinen Sohn getauft? Hast du meinen Sohn getauft? Ich will hier raus. Ihr Sohn kommt wieder frei, wenn wir Rom befreit haben. Dies ist deine Familie.